Ich bin so gespannt, wer das Trikot bekommt, wer den 45 Euro Warenwert bekommt in meinem Shop und das halbe Jahr ist ab. Wir tippen zu jedem Spiel. Jeder hat die Möglichkeit pro Spieltag vier Punkte zu sammeln. Drei Punkte gibt es, wenn man auf Sieg, Niederlage oder Unentschieden richtig tippt. Und wenn du auch noch das Torverhältnis richtig tippst, dann gibt es einen Bonuspunkt obendrauf. Hier kann man pro Spieltag ergattern. Was gibt es zu beachten? Bei uns ist es easy eigentlich, es kostet kein Geld mitzumachen. Follower muss es sein, im Stream dabei bleiben. Das war es, oder? Und wer am Ende auf Platz 1 ist, der bekommt das Trikot. Der zweite Platz kann sich im Wert von 45 Euro was aus meinem oder aus dem Betze-Live-Waren-Shop aussuchen. Und der dritte Platz bekommt ein halbes Jahr Sub auf meinem Nacken hier auf diesem Kanal. Wer es nochmal nachlesen möchte, wie das Ganze abläuft, gar kein Problem. Wir haben nur einen Link, gell? Bei Heimspielen bin ich ja in der Westkurve. Da streame ich immer den Abend davor um 20 Uhr und sammle da eure Tipps ein. So circa eine Stunde geht es immer. Und zu Auswärtsspielen bin ich eine Stunde vor Anpfiff Online. Da sammle ich eure Tipps ein, bis der Sherry anpfeift. Und dann können wir auch schon loslegen. Okay, let's go! Wer mir noch nicht folgt und Klammern mich noch nicht abonniert, dann bitte macht das Ding grau. Das wäre super nett für euch. Buona sera a tutti! Da bin ich wieder. Wie geht's euch? Was geht ab? Ich bin ein bisschen hyped. Hype, hype, hype. Okay. So, Spielstein... Was? Echt? Bitte einmal ein Like da lassen und gerne auch einen Kommentar. Wäre schon richtig geil. Und der HSV hat sogar eine rote Karte. Wahnsinn! Kann das, was Dennis schreibt, gar nicht lesen? Wahrscheinlich hat da gerade Twitch mal wieder einen Hänger. Ging mir am Montag, wer es nicht weiß, Montag 20 Uhr. Da hatte ich das Problem, dass der Chat nicht laden wollte. DJ Chili, was geht denn ab? Servus! Alles klar bei dir? Kai, servus! Hi, wie geht's dir? Eine Ewigkeit später. DJ Chili sagt 3 zu 1. Dennis Wolf sagt auch 3 zu 1. So, Omniscient sagt 2 zu 0. Ich bin noch im Grübeln, was ich tippe. Kai sagt schon mal 3 zu 1. Hold on! Bayern Betze sagt 3 zu 1. Was, Bruder? Wie schaut's da aktuell aus, tabellentechnisch? Ja, Digga, die sollen nicht das Gespräch mit uns suchen. Dann sollen sie das Gespräch mit ihrem Spieler suchen. Kein Mensch kann so blind sein und nicht erkennen, dass es an einem Spieler liegt. Red Devil, servus! 3 zu 1 ist eingetragen. AP sagt 4 zu 1. Okay, let's go! Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, 3 Punkte auf den Betze gegen Osnabrück. Haut rein! Ciao, ciao und bye, bye! Let's go! Geisterstadt der Fußball-Jubelä! Geisterstadt der Fußball-Jubelä! Geisterstadt der Fußball-Jubelä! Unterlesen zu erinnern wir uns noch natürlich unsere Kulturpartner, Andi. Aus den Kabinen, nach dem Grund der Masse, ist der Volk der Stolz. Wir begrüßen euch auf den Boden und schon die Kulturpartner des Waren FC. Hallo, Frau Klauen! Die Fans, der 1. FDK ist das auch, der 1. FDK-Fans! Ich schaue, wie immer, sehr gerne mit dem Süden und dem Stadion. Hallo Südjubilä! Ich begrüße unsere Fans auf der Lotto-Ostrobühne! Unsere Fans auf dem Nord-Martinez Lotto-Bühne! Natürlich geht er heute mit einem besonderen Willkommensgruß. Wie kann das auch das berühmte, wie kann das auch das heißeste Kuhlbe? Hallo Südjubilä! Und es ist eine gute Prävention, Applaus von vielen Freunden hier von der Südjubiläne. Mit einem Riesenapplaus willkommen heißen! Schöner sind mit dabei sein! Die E-Mannschaftsabstelle von uns herzländisch hier Kaisersamt, denn wir präsentieren von der Nauertsgruppe den Automobilpartner der Roten Teufel. Wir begrüßen unsere Formalität direkt die 18, Julian! 2, Boris! 7, Mann! 8, der Käpt'n der Mannschaft schon! 7, 9, Herrgner! 8, 10, Prinz! 15, Tino! 16, Julian! 17, Aaron! 26, Philipp! Und mit der 33 spielt die Ian! Jürgen! Hteki! Auf der Bank 2. Nummer 1, 3, die 32, Robin! 4, Kevin! 5, Kevin! 6, Al-Mani! 19, Daniel! 20, Tobias! 24, Schamze! 29, Richmond! Erzschmidt, Erzschi, 21-in, Polinski, und mit dem vierten Spiel Dixon, Abiara. Lasst uns gemeinsam an den Heimspiel auf dem Wechselberg. Sammeln wir alle unsere Energie für unsere Mannschaft, für unser Team. 1. FC Kaisers! 2. FC Kaisers! 4. FC Kaisers! Man jetzt kontrollieren tous, dass wir unsere AgaineG� seit dem Aufnahmen kriegen und das ist Unzraumt, die man ist ein Mehreren Mill Wiangel um'. mmm es ist ganz klar. Bw similarly in einem Buarstand. 8.-end t patreon. Das war's für heute. Kannst du stoppen, oder? Oh, leh, oh, leh, oh, leh, oh, leh! Kannst du stoppen, oder? Oh! Oh, leh, oh, leh, oh, leh, oh, leh, oh, leh! Der nächste Option! Ja? 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 Es war kein Abseits, es war kein Abseits. 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 Spiel doch! Hol Runa, ja. 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 Schieß! Hol Runa, ja. 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 Schnellen, schnellen! Spiel! Komm! Ja! Oh! Oh! Komm! Spiel doch raus! Ja! 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 Und wenn ihr mir noch nicht folgt, in Klammern, mich noch nicht abonniert, dann bitte macht das Ding grau, das wäre super nett von euch. Kein Sostand am Fusparjumpale, Kein Sostand am Fusparjumpale.